Versucht das, was Gott tut, nicht zu beschleunigen. Gebt der Sache so viel Zeit wie nötig und seid geduldig. Freut euch einfach des Lebens auf dem Weg zu eurem Ziel. Danke, dass ihr heute bei Das Leben genießen dabei seid. In der letzten Sendung habe ich darüber gesprochen, dass wir Geduld mit uns selbst haben sollten, während wir geistlich wachsen. In dem Moment, in dem wir Jesus unser Leben anvertrauen, tut Gott etwas in unserem Innern. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wir werden sozusagen zu frischem geistlichen Ton, aber dann muss dieser Ton geknetet und geformt werden, damit er die Gestalt von Jesus annimmt und für andere sichtbar wird. Denn ganz gleich, wie viel Gutes in uns steckt, solange es nicht sichtbar wird, hilft es anderen Menschen nicht. Ich möchte, dass das bei euch ankommt. Unser Verhalten ist ganz wichtig. Es ist zwar wunderbar, wenn unser Herz am rechten Fleck ist, das ist großartig. Ich will das überhaupt nicht schlechtreden, aber wir brauchen mehr als nur ein gutes Herz. Wir müssen auch gutes Verhalten an den Tag legen. Und das ist ein Prozess. Das erfordert Zeit. Während ihr wachst, könnt ihr das Leben auf dem Weg zu eurem Ziel einfach genießen. Ihr solltet euren Fortschritt feiern, statt immer nur darauf zu schauen, welche lange Strecke noch vor euch liegt. Kurz bevor Jesus diese Erde verließ, kündigte er an, dass er uns seinen Heiligen Geist senden würde. Er sagte, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Heilige Geist nicht kommen. Wie kann es denn ohne Jesus besser für uns sein? Nun, Jesus hatte einen menschlichen Körper, und er konnte immer nur an einem Ort zur Zeit sein. Er konnte sich Menschen immer nur einzeln annehmen. Der Heilige Geist hingegen lebt in jedem von uns, und er arbeitet mit jedem von uns zusammen, mit allen gleichzeitig. Ich habe heute großen Glauben und sage, ich glaube, dass mindestens eine Million Menschen diese Sendung sehen werden. Und wisst ihr was? Geistlich gesehen befindet sich jeder von euch in einem anderen Entwicklungsstadium. Einige von euch haben sich noch nie bewusst für Jesus entschieden. Andere sind wie Babychristen. Ihr habt euer Leben erst vor kurzem Jesus anvertraut. Wieder andere leben schon seit vielen, vielen Jahren für Gott, und vielleicht seid ihr geistlich sehr reif. Menschen befinden sich also in verschiedenen Situationen und auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Ihr alle hört, was ich hier sage. Aber wahrscheinlich nehmt ihr es unterschiedlich auf, je nachdem, auf welcher Stufe des Glaubens ihr gerade seid. Eine Sache möchte ich euch gleich vorweg sagen. Im Glaubensleben gibt es keine Erfolge von heute auf morgen. Viele Menschen nehmen etwas in Angriff und wünschen sich ganz schnell Erfolg. Es soll auf der Stelle alles wunderbar sein. Heutzutage wollen wir die Dinge immer sofort haben. Es gibt Instant Pudding, sofortige Filmentwicklung, Instant Kaffee, alles ist sofort verfügbar. Aber geistliche Reife gibt es nicht auf Knopfdruck. Bitte merkt euch das. Heute kann man Gerichte, die früher stundenlang zubereitet werden mussten, als schnell Gerichte in der Mikrowelle machen. Es gibt Mikrowellen essen, aber es gibt keine geistliche Mikrowellenreife. Wir müssen etwas durchmachen, um voranzukommen. In 5. Mose 7, Vers 22 sagt Gott, dass er unsere Feinde nach und nach vertreibt. Wow! Ich mag den Ausdruck nach und nach nicht. Ich ziehe Ausdrücke wie sofort und alles vor. Ich mache gerne große Schritte. Aber Gott sagt, dass wir nur nach und nach, Stück für Stück, die Oberhand gewinnen. Interessanterweise steht in 5. Mose 7, Vers 22 folgendes. Der Herr, euer Gott, wird diese Völker nach und nach vor euch vertreiben. Ihr könnt sie nicht alle auf einmal vernichten, denn sonst würden die Wilden Tiere sich zu rasch vermehren und euch schaden. Welche geistliche Lektion können wir aus diesem Vers ziehen? Ich glaube, dass Gott uns damit sagen will, würden wir auf einen Schlag von all unseren Problemen befreit werden, würden wir furchtbar stolz werden. Und was passiert, wenn wir stolz sind? Wir heimsen uns Lorbeeren ein, die Gott allein zustehen. Außerdem, wenn man von etwas auf einen Schlag befreit wird, hat man nicht so viel Verständnis für Menschen, die länger brauchen als man selbst. Ein Beispiel dazu. Mein Mann und ich rauchten beide, als wir Christen wurden. Zunächst einmal, ich glaube nicht, dass es ein Raucherabteil im Himmel geben wird. Genauso wenig glaube ich, dass man in die Hölle kommt, wenn man raucht. Aber es ist keine gute Sache, es ist nicht gesund. Es gibt letztlich auch kein gutes Bild für den Glauben ab. Früher redete ich mir wiederholt ein, ich kann mit dem Rauchen nicht aufhören, das geht nicht. Würde ich damit aufhören, würde ich bestimmt zunehmen. Durch solche Selbstgespräche hatte ich mein Loch bereits tiefer gegraben, bevor ich überhaupt versuchte herauszuklettern. Dave hingegen betete einfach, Herr, ich versuche gar nicht erst mit dem Rauchen aufzuhören, bis du mir das Verlangen danach nimmst. Am nächsten Tag hörte Dave mit dem Rauchen auf und hatte nie wieder damit zu kämpfen. Bei mir war das ganz anders. Oh, ich musste leiden. Ich tat mich furchtbar schwer damit. Ich hörte auf und fing wieder an, hörte auf und fing wieder an. Ich begriff nicht, warum Dave es so leicht hatte, während es mir so schwer fiel. Doch dann erklärte Gott mir, dass er es mir absichtlich nicht leicht machte, damit ich mehr Verständnis für die Probleme der Menschen haben würde, die ich lehrte. Ich verstehe es nun, wenn ihr sagt, ich tue mich schwer damit, diese Sache in den Griff zu bekommen, oder es fällt mir schwer, das und das sein zu lassen. Gott wollte mich auf die eine Weise gebrauchen und Dave auf eine andere Weise. Deshalb ging er mit Dave anders um als mit mir. Gott hat für jeden von uns einen individuellen Plan. Wir sollten uns nicht darauf konzentrieren, wie er mit anderen umgeht und dann negativ eingestellt sein, weil wir es scheinbar schwerer haben. Andersherum, wenn uns etwas leicht fällt und wir schnelle Erfolge erzielen, sollten wir andere Menschen, die das nicht so schnell auf die Reihe bekommen wie wir, nicht verurteilen. Aus diesem Grund kann Gott uns oft nur nach und nach befreien, damit wir uns auf unseren Erfolg nichts einbilden. Verwandlung braucht Zeit. Das Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben, und das griechische Wort für Verwandlung ist Metamorphose, wovon wir das Wort Metamorphose haben. Eine Metamorphose findet beispielsweise statt, wenn eine Raupe, ein Wurm, der auf dem Boden kriecht, sich zu einem wunderschönen, eindrucksvollen, einzigartigen Schmetterling verwandelt. Das ist ein perfektes Bild von dem, was mit einem Menschen geschieht, der sein Leben Jesus Christus anvertraut. Er kommt als Wurm zu ihm gekrochen. An ihm haftet der Schmutz der Sünde. Doch schließlich wird er verwandelt und wird so schön wie Jesus. Es ist interessant, wie dieser Wurm, der auf dem Boden kriecht, verwandelt wird. Es ist ein Prozess. Vielleicht sagen einige von euch, ich brauche Veränderung. Aber ich weiß gar nicht genau, in welcher Hinsicht. Nun, vielleicht müsst ihr euer Leben Jesus anvertrauen. Oder vielleicht habt ihr euer Leben Jesus schon anvertraut. Aber es gibt einige konkrete Dinge, die ihr ihm noch vorenthaltet. Ihr habt Jesus als euren Retter angenommen, aber ihr habt ihn noch nicht zu eurem Herrn gemacht. Es gibt vielleicht Lebensbereiche, zu denen er bislang keinen Zutritt hatte, weil ihr diese Dinge selbst handhaben wolltet. Ich glaube, dass jeder, der heute zuschaut, etwas von Gott gezeigt bekommt, das zum geistlichen Wachstum in bestimmten Bereichen beitragen kann. Wenn die Raupe weiß, dass es Zeit für diese Veränderung ist, kriecht sie auf einen Baum und macht sich an einem Ast fest. Gewöhnlich ist es die Unterseite eines Astes. Und dort wickelt sie sich selbst in einen Kokon ein. Dieser Kokon hängt dann von dem Ast und lange Zeit scheint nichts weiter zu passieren. Nichts. Kommt es euch momentan auch so vor? Mann, nichts passiert in meinem Leben. Ich habe gebetet. Ich bin auf meinen Ast gekrochen. Ich warte darauf, dass Gott etwas tut, aber es passiert nichts. Wenn ihr jedoch ins Innere des Kokons blicken könntet, würdet ihr sehen, dass eine Menge vor sich geht. Gott hat etwas für euch vorbereitet. Doch zuerst muss er euch auf das vorbereiten, was er für euch vorbereitet hat. Gott hält viel Gutes für euch bereit, aber vielleicht seid ihr noch nicht so weit. Das Gute steht bereit, aber ihr seid noch nicht bereit. Ladet Gott ein in eurem Leben, das zu tun, was er tun will. Arbeitet jeden Tag mit ihm zusammen, statt euch gegen ihn zu sträuben. Betet, Herr, hilf mir, mit dir zusammenzuarbeiten, damit du das in mir tun kannst, was du vorhast. Ich habe sogar schon gebetet, Herr, wenn es sein muss, dann binde mich an den Altar, damit ich nicht von dir wegkomme, ganz gleich, wie sehr ich mich lieber davor drücken würde. Es heißt, dass die Raupe sich ganz in eine Flüssigkeit auflöst. Auch das ist ein passendes Bild dafür, was mit uns geschehen muss. Unser eigener Wille muss sich auflösen, sodass wir sagen, was immer du willst, Herr. Erst dann nimmt der Schmetterling langsam Form an. Ich habe eine Geschichte von einem Mann gehört, der sah, wie ein Schmetterling sich aus dem Kokon kämpfte. Wenn man bei diesem Vorgang zuschaut, kann man sehen, wie der Schmetterling zu kämpfen hat, um den Kokon zu durchbrechen. Der besagte Mann wollte dem Schmetterling helfen, indem er den Kokon aufbrach, bevor sich der Schmetterling selbst herausgekämpft hatte. Kommt, darin steckt eine Lektion. Wisst ihr, was mit dem Schmetterling passierte? Er starb. Versucht das, was Gott tut, nicht zu beschleunigen. Gebt der Sache so viel Zeit wie nötig und seid geduldig. Freut euch einfach des Lebens auf dem Weg zu eurem Ziel. Und an den Tagen, an denen ihr euch entmutigt fühlt, erinnert euch daran. Auch wenn ihr es nicht seht. Selbst wenn es keinerlei Anzeichen dafür gibt, ist Gott in eurem Leben aktiv. In Philippa 1, Vers 6 steht, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird. Eine bekannte biblische Geschichte über eine Verwandlung ist die des verlorenen Sohnes. Wir wollen uns die Geschichte heute mal unter diesem Gesichtspunkt anschauen. Lukas 15, Abvers 11. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Die Tatsache, dass der Junge sein Erbteil vorzeitig einforderte, weist auf seine geistliche Unreife hin. Zur damaligen Zeit das Erbteil vom Vater einzufordern, während dieser noch lebte, war gleichbedeutend damit zu sagen, ich wünschte, du wärst schon tot. Wir haben es so eilig, Dinge zu bekommen, obwohl wir dafür noch gar nicht bereit sind. Viele von uns meinen, jetzt sei bald mal eine Beförderung fällig. Wir sind für große Aufgaben bereit, glauben wir. Wir sind soweit wirklich, wir sind erst dann soweit, wenn Gott sagt, dass wir soweit sind. Wenn ihr seht, dass wir soweit sind, ebnet er den Weg. Dann können wir das Ziel auch erreichen, statt jemand zu sein, der einen Fehlstart hinlegt und disqualifiziert wird. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Das zeigt uns, wie es geistlich um ihn bestellt war, nicht wahr? Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus, und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben, und er durfte seine Schweine hüten. Sieh an, sieh an. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. So was. Dieser junge Mann hatte auf einem wunderbaren Landsitz mit seinem Vater gelebt, der ihn sehr liebte. Dort hatte bestimmt viel Freude geherrscht, und er hatte ein großartiges Leben. Aber er wollte zu früh etwas haben, das ihm erst später zustand. Nun war er so tief gesunken, dass er den Schweinen ihr Futter neidete. Doch da kam er zur Besinnung. Gott sei Dank können wir zur Besinnung kommen. Ist das nicht gut? Vielleicht kommt jetzt gerade jemand zur Besinnung und fragt sich, was tue ich hier eigentlich? Vielleicht steckt ihr in einer Situation, die man damit vergleichen könnte, mit den Schweinen zu essen. Hier steht, schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen, und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen. Ist das nicht gut, dass wir immer zu Gott zurückkehren können? Er wartet auf uns. Er will uns zurückhaben. Wenn wir von Gottes Weg abgekommen sind, wenn wir einst für ihn gelebt und uns dann aber für ein falsches Leben entschieden haben, will der Teufel uns einreden, dass wir bei Gott nicht mehr willkommen sind. Doch der Teufel ist ein Lügner. Gott wartet immer darauf, dass wir wieder zurück nach Hause kommen. Der Sohn sagte sich, ich will sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Er zog voller Stolz aus und kam in Demut zurück. Eine Reise, die im Schweinestall endet, kann große Auswirkungen haben. Das ist es, was die Zeit an einem finsteren Ort bewirken kann. In der Bibel steht, dass Gott uns Schätze geben will, die im Dunkeln verborgen sind. Dieser Sohn war an einem sehr dunklen Ort. Doch dort fand er etwas ganz Kostbares, nämlich Demut. Demut ist etwas Schönes. Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Kommt, irgendjemand muss das noch einmal hören. Beugt euch demütig unter die Hand Gottes. Dann wird er euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Versucht nicht auf Biegen und Brechen etwas zu bewirken. Betet lieber und wartet auf Gottes perfektes Timing in eurem Leben. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen. Was daran so erstaunlich ist, in der damaligen Kultur rannten ältere Männer nicht. Das gehörte sich nicht. Doch der Vater war so glücklich, dass es ihm egal war, was andere dachten. Er lief seinem Sohn entgegen. Wisst ihr was? Wenn ihr auch nur in Erwägung zieht, euch Gott heute zuzuwenden, dann wartet er bereits mit offenen Armen auf euch. Er läuft euch entgegen. Ihr müsst nur einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Auf dem Bildschirm wird jetzt deine Telefonnummer eingeblendet. Möchtest du deine Beziehung zu Jesus Christus erneuern? Dann ruf dort an. Jemand wird mit dir beten. Jesus möchte wieder ganz neu dein Herr und dein Retter sein. Komm! Gott empfängt dich mit offenen Armen. Er wartet darauf, dass du zu ihm zurückkommst. Der Sohn nahm sich vor zu sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Doch der Vater lief ihm entgegen und schloss ihn in die Arme. Sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich, und bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Und ein Freudenfest begann. Ich kann euch garantieren, als dieser Junge zurückkam, war er noch weit davon entfernt, vollkommen zu sein. Aber er hatte Fortschritte gemacht. Woraufhin Gott sagte, lasst uns eine Party schmeißen, wir wollen feiern. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Wir sollten unsere Fortschritte feiern, statt deprimiert und entmutigt zu sein, weil wir noch so einen weiten Weg vor uns haben. Nun, in dieser Geschichte gab es noch einen anderen Sohn. Er wird einfach als älterer Bruder bezeichnet. Da er älter war, hätte er auch weiser sein sollen. Je älter wir sind, desto mehr Weisheit sollten wir vorzuweisen haben. Dieser Bruder hörte die Musik der Feier und war gar nicht erfreut. Was ist denn da los? fragte er. Die Diener sagten ihm, dein Bruder ist wieder da. Dein Vater veranstaltet eine große Party. Er hat das gemästete Kalb geschlachtet und so weiter. Da wurde der ältere Bruder richtig wütend. Er verkörpert streng religiöse Menschen, die darauf pochen, dass man bei Gott nichts unverdient bekommen darf. Der ältere Sohn war wütend, weil sein jüngerer Bruder seiner Meinung nach keine Party verdient hatte. Gott gibt uns Dinge, die wir nicht verdient haben. Wir hätten Strafe verdient. Stattdessen überschüttet er uns mit Barmherzigkeit, wenn wir bereit sind, ihn darum zu bitten. Der Vater lud auch den älteren Sohn zur Party ein, aber er wollte nicht kommen. Das mag auch auf einige von euch zutreffen. Gott hat euch zu einer Party eingeladen, aber ihr bleibt draußen und sagt, ich will nicht. Denn vielleicht ist bei der Party jemand, der sie eurer Meinung nach nicht verdient hat. Urteilt nicht so schnell über andere Menschen. Wenn Gott jemandem etwas Gutes schenkt, das die Person eurer Meinung nach nicht verdient hat, solltet ihr euch zurückhalten. Ihr wisst nicht, was im Leben dieser Person alles vor sich geht. Akzeptiert deshalb Gottes Handeln, anstatt ihm Vorschriften zu machen. Der ältere Sohn warf seinem Vater vor, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet. Und jetzt kommt dein Sohn daher, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schmeißt eine Party. Für mich hast du noch nie eine Feier veranstaltet. Ich finde die Antwort des Vaters so gut. Sie, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Wow! Verpasst nicht das, was Gott für euch bereithält, indem ihr engstirnig seid. Vielleicht seid ihr etwas verbittert, da manche Dinge in eurem Leben nicht so gelaufen sind, wie ihr es wolltet. Und dann scheint es so, als ob anderen Menschen bestimmte Dinge einfach zufallen. Für ältere Geschwister ist es oft schwer, wenn es einen Nachzügler in der Familie gibt, der alles leichter zu haben scheint, als man selbst es hatte. Das war bei uns so. Und bestimmt kennen das einige von euch auch. Seid nicht so. Freut euch lieber für Menschen, die nicht die gleichen Schwierigkeiten durchmachen müssen, wie ihr. Freut euch über das Gute, das Gott ihnen gibt. Die Bibel fordert uns auf, an Gottes Wort festzuhalten. Wollen wir die Ziele erreichen, die Gott uns gesteckt hat? Wollen wir geistlich reifen? Wollen wir zu den Menschen werden, die Gott sich gedacht hat? Wollen wir das empfangen, was er uns geben will? Dann sollten wir an seinem Wort festhalten. Dann sollten wir weiter Zeit mit Gott verbringen. Dann sollten wir weiter beten. Dann sollten wir weiter das Richtige und nicht das Falsche tun. Galater 6, Vers 9 ermutigt uns, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. In Johannes 8, Verse 31 und 32 sagt Jesus, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn ihr euch ab und zu mal meine Sendung anschaut, mögt ihr Freude daran haben. Und ich glaube, dass es euch helfen wird. Doch es wird euch deutlich mehr helfen, wenn ihr sie euch regelmäßig anschaut und euch täglich mit Gottes Wort beschäftigt. Jeden Tag neu. Die Bibel nur dann zu lesen, wenn ihr verzweifelt seid, ist zwar besser, als sie gar nicht zu lesen. Aber wer sich täglich mit Gottes Wort beschäftigt, wird am Ende wahrscheinlich gar nicht so oft verzweifelt sein. Eine weitere Sache, die wir uns der Bibel zufolge täglich vor Augen halten sollten, ist die Liebe Gottes. Wir sollten uns immer wieder daran erinnern, dass Gott uns liebt. Wer geistlich vorankommen will, der muss möglicherweise seine Prioritäten neu ordnen. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Ordnet eure Prioritäten so, dass ihr viel Zeit für Gott habt. Viel Zeit für das Bibelstudium und Gebet. Verbringt Zeit mit Gott. Und nehmt euch Zeit, anderen Menschen zu helfen. Gott hat eine wunderbare Zukunft für euch geplant. Und er möchte euch Jesus Christus immer ähnlicher machen. Der Heilige Geist ist in euch aktiv. Habt Geduld, seid nachsichtig und lasst ihn sein Werk tun. Und vergesst nicht, wenn ihr eure Beziehung zu Jesus erneuern möchtet oder wie der verlorene Sohn weit weg von Gott seid, aber zu ihm zurückkommen wollt, dann ruft die Nummer auf dem Bildschirm an und sprecht mit jemandem von uns. Wir beantworten gerne eure Fragen und beten mit euch, damit ihr eure Reise mit Gott ungehindert fortsetzen könnt. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir haben euch von Herzen lieb und wir wollen das Beste für euch. Gott segne euch. Ich stehe hier in einem Eingang in Chiang Mai, Thailand. Und durch ihre Partnerschaft und Unterstützung sind sie mit mir an diesem Ort. Hier gibt es Mädchen, die dem Sexhandel zum Opfer gefallen sind, die wir aber Gott sei Dank retten konnten. Und jetzt ermöglichen wir ihnen eine Berufsausbildung. Denn ohne eine Ausbildung haben sie kaum andere Möglichkeiten, als wieder in der Zwangsprostitution zu landen. Also danke, dass Sie uns hergeschickt haben und vergessen Sie nicht, Sie sind heute auch hier mit uns. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Unser Team freut sich auf Ihre E-Mail. Psst, haben Sie das gewusst? Das Joyce Meyer Magazin für zu Hause gibt's kostenlos. Für eine gute Zeit auf dem Sofa voller Ermutigung. Bestellen Sie jetzt! Endlich ist sie da, die Bibel mit Impulsen von Joyce Meyer. In dieser Bibel stecken ganz viele tolle Dinge. Erstens einmal die Bibel, was das Beste überhaupt ist. Die Neues-Leben-Übersetzung. Und dann gibt es darin viele Erklärungen von mir in grüner Schrift, die Ihnen helfen zu verstehen, was Sie lesen. Sie finden darin Bibelstellen, die Sie laut bekennen können, Texte zum Mitbeten und etwa 400 weitere Artikel für die Umsetzung im Alltag. Diese Bibel eignet sich auch gut zum Verschenken. Bestellen Sie jetzt auf Joyce-Meyer.de oder rufen Sie uns an unter 040 88 88 411 11. Und denken Sie daran, lesen Sie regelmäßig in der Bibel. Und dann kurz die Bibel, die sich jetzt in die Bibelung schnarcht. Hier ist es wieder ein paar Teile. Hier ist es ein paar Teile. Hier haben wir den Du und der Du und der Du und der Du und der Du. Sie können die Bibel des Du und der 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 Du. Untertitelung des ZDF, 2020